Hi ihr Lieben, ich bin StunnyLaptic und wir spielen Stums Park! So, ihr habt's mir gesagt, ihr wollt weiter bei Kenny machen. Also bin ich hier schon mal drunter gelatscht, latsch, latsch, latsch. Und dann gehen wir hier hin und da ist, glaube ich, Kennys Haus. Kann ich zoomen? Ich konnte doch zoomen. Wo konnte ich zoomen? Achtung! Da war was. So! Oh, okay, nur du. Okay, äh, da. Ja, okay. Na, das fand ich wirklich besser. Okay, alles klar! Machen sie auch mal auf den Weg. Warte, 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 da ist ein Rauch. Kann ich da was mit? Warte, lass bitte das mal aufmachen. Wow, Gin Pokémon! Ah, ja. Boah, wie sieht sie aus? Sie muss Kenny wohnen. To get the stick of truth, we must recruit the warriors three. Ja. Ja. Okay. Ah, okay, das hab ich gar nicht gemacht. Hey, that's not the usual kid that picks up the package, huh? Ja, okay. Ja, okay. Oh, shit. It's a kip! Ehh, wieso kommt das in Swipe? Oh, my. Oh, my. Oh, my. Oh, my. Oh, my. Oh, my, oh, my. Oh, my. Is moas. Ah, das ist nicht so gut. Aint gone all day pig! Ich hab das Bedeut! Ich hab den Hügel! Ich hab das Bedeut! Ich hab das Bedeut! Ich kann nur meine Brüste Oh meine Brüste auch keine mehr. Na ja. So! Das waren die ersten Erwachsene. Ich bin kein Cop, du. Ich bin kein Cop, du solltest dich auf die Schule gehen. Du hast es! Du hast die Pick-Up! Danke, Mann! Dad, ich habe meine Arbeit, kann ich spielen? Wo ist heute's Delivery? Hier! Ja, das ist gut. All right, Tweak, du kannst du ein bisschen spielen. Aber du bist nach Hause, oder du bist in der Nacht. Grounded, grounded! Like the fresh grinds of our all-organic Tweak-Land, made with ingredients from local Tweakers. Thanks, kid! I gotta go get changed, and then I'll meet you at the kingdom! Jinks was gut. Das ist doch super. Da könnte man doch noch was holen, nicht? Aber das schon. Kann ich eigentlich irgendwie die Leute in meine Gruppe packen? Ich bin einfach oben. Das ist okay. Das ist okay, komm. Ja... Get on the ground and shut up where your brains are going on the fucking wall hey Vance how's it going? Just showing the new kid around today? Yeah already been to the bank Hey butters, sweet kid A little bit of a message or a little bit of a message Oh yeah Mr. Slash Paket, what is there in there? What is that? Yeah, we'll do that I don't want to hit it I can only put it in there I don't Then not? So, what are we doing here? Hello Stan Stan Hey guys grab a beer and join me for sports center Bestimmt Wo ist denn Stan? Was machen die eigentlich? Stan und Geile habe ich noch überhaupt nicht gesehen Wenn Stan nicht da ist, dann kann man aber mal sein Zimmer ausplündern Mohohoho Ganz tolle Sachen hier Joa, ähm, aber da ist halt der da, ne? Der ist nicht da Okay Der ist entweitet zu einer Blutorgie Vampir Kid gelöst Rechts oben, rechts unten, rechts Okay Standpunkt Armband Okay Also der hat irgendwas mit den Vampirkindern zu tun momentan, ne? So Irgendwas ist hier los Da ging es ja noch nach links Da ging es ja noch nach links Oh my god Tom Cruise Tom Cruise Tom Cruise ist schon wieder ins den Schrank Wer ist denn? Wer bist du denn? Ich werde dich zu sterben! Hmmm Kipf Jelly ist leider zu Hause Oh man. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle brauche, ey. Wofür brauchen wir die? Ach, das sind, glaube ich, die, ähm, das sind Waffen. Hm, alles die selben Duschen, die nichts besonderes machen. Schade. Das Schlafzimmer. Schwerter 1000 Wahrheiten. Ach, der USB-Stick. Ja, ich hab keine Ahnung, wofür ich die brauche, aber ich muss fünf sammeln. Badass, ich hab keine Ahnung. Ich muss sie einfach sammeln. Das ist so ein Zwang. So. Okay. Das hast du schon mal gesagt. Haben wir den Schlüssel? Oh, der ist gar nicht abgeschlossen. Ah, los, der ist, der. Welcome to the neighborhood. Hey, if you ever want to sue anybody, you can come to me first, okay? Okay. Oh, der ist ausgeschlossen. So in die Garage? Auch. Okay, ich hab dich grad geschlagen. Okay, aber ich bin awesome. So, wo müssen wir hin? Mr. Slave's Paket. Ich will jetzt erstmal Mr. Slave's Paket abgeben, weil ich das total interessant finde, mit ihm zu reden. Oh, da sind schon wieder die Kinder. Ey, sind wir echt jetzt... Alter, was hat der hier alles? Ah, case against facts. Ach, Mensch, ne. Also, man muss echt schon die ganzen Folgen kennen, ne? Sonst ist das Ganze ja nicht lustig. Mr. Slave, bist du zu Hause? Ach, das ist ja. Er ist ja noch. Oeps, sorry. Thanks, kid. My night is looking a whole lot better now. Here, if you ever need my help, use this. I can't help with any tough fights, though. I don't want to get a fissure. Come back and find me if you want to call me again. But give it a day. Okay, I go to a lot of parties. Beschmörung? Ah, du kannst... Oh, aber ich krieg ein neues, wenn ich die verbraucht hab. Guck, irgendeine Soap, ey. Trank, sehr gut. Ups. Immer diese alten Schwimme, die man den anderen entgegen... Kaputter Schwerkriff. Genau. Ich find das toll, wie viel man auch mit seiner Fantasie hier dieses Spiel gestaltet. Irgendwie unbewusst ist man wie der Kind und schließt das einfach. Ja, das mach ich doch. Ich muss doch alles looten hier. Hä? Scheiße, erst mal ausmachen. Der liest doch eh. So, das haben wir gemacht. Jetzt. Jetzt müssen wir wieder ans Seidnetsujimbus waffeln. Das heißt, wir müssen hoch. Geh hoch und dann immer weiter nach links. Oh je. Drei Stunden später. Ja, 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 ja. You have to prove your maturity listening in this movie. And you can't because you're not a sufficient ass. Hey! South Park Mall is closed. Some kids gave me the worst pink belly over there one. Okay. Stan one time gave me the closest wet willy right here. Die Sushi ist kaputt. Friedenstod. Friedenstod. Da ist ein 1 in der Elf. Ja! Ich vernichte sie, Mr. Swift. Das ist mal eine liebe Beschwerung. Wir haben das jetzt einfach nicht gesehen. Der hat heute Morgolisch. Tja, keiner legt sich mit uns an. Haha. Goddamn, Morgolisch. Hallo, willkommen zum Schittwark. Geben alle, bitte. Die einzige, die wir heute Abend beenden, ist Morgolisch. Morgolisch ist so gut. Ich liebe es. Oh, hallo, Morgolisch. Die müssen wir vertreiben, aber noch nicht jetzt, wenn wir Level 50 sind. Oh, gross. Don't eat it. You eat a Morgolian beef, you shit your pants for 5 days. Hurra, Morgolian. Please, you gotta help me out. The Morgolians all live like rats in the tower of a piece next door. I'll keep the adults occupied here. You go to the tower and beat up all their kids. Beat up all the Morgolian kids. The Morgolians think this neighborhood is not a safe place. They move away. Go, go, beat up the little Morgolian kids. Oh, hello, Morgolian. Morgolian beef smells like a rhino richies asshole. Hey, cool. Was brauchen wir? Wiederbelebungsdrang. Kann man auch was verkaufen? Oh. Ich kauf mal ein paar. Oh, alles andere brauch ich erstmal nicht. Jetzt hab ich den Schlüssel. Schau den trotzdem. Oh je. Das sieht wirklich nicht gut aus. Dann müssen wir, glaub ich, den Friedensturm mal hoch machen. Aber ich will erstmal im Hauptquest ein bisschen weitermachen. So. Dann machen wir das jetzt halt. Ich liebe das. Oh Christ, was ein Freude. Ich liebe das. Ich liebe das. Ich liebe das. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Die ist gar nicht so schwer. Ah, verdammt. 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 Warte mal, ist da jetzt noch was? Schlüsselzimmer, golen Schatz Okay, ist der vielleicht da? Ja Nee, oder? Dass es so einfach ist Flammenschwerte Auch Level 3! Ich bin doch kein Level 3! Verflucht! Oh boy, ein Door-Puzzle! Geht euch das! Ja, woher? Na, mach wirklich aufhut wird da! Wah! Hey, a block it! Joy! By the Hammer of Betis! That was the most perfect throw I've ever seen! You know... Woah... That... Leave us alone! ... I rather hear glue! tschüss Wieso sind wir eigentlich immer noch nicht Level 2? Ah, jetzt sind wir Level 3. Jawohl, jetzt können wir den Rongolenbogen ausrüsten. Ich dachte, die haben Krummsägele gekriegt. Ein Krummsäberl habe ich doch bekommen, oder nicht? Den trage ich mal wieder. Bevor ich es nachher vergesse zu tragen. Oh, jetzt geht die Tür auf, oder? Aufwertung verfügbar, jawohl. Ah, du Scheib. Das hat ich ja gesagt. Wir sind tot. Oh, meine Fresse. Wir werden das nicht schaffen. Das war das beste throw I've ever seen. Oh, mein Herz. Oh, nein. Ja, das ist das, kleine Junge. Ich muss ja mal einen Machtfang nehmen. Nein, 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 nein. 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 Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein... Ja, wir haben es geschafft! Die sahen so beeindruckend aus! Gewollt ihr haben, WUHUUU Mega, haben wir mega gewonnen Das Wettung des Friedens ist grad nicht friedlich Ey, geht's gut Hallo? Euch machen wir sowieso noch Platz, ne? Tschüss No, 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 no Tschüss Ich verhauche euch alle Mr. Kim, wir haben die Mongolen Kinder verprügelt Oh cool, eine Verschwörung Sooo Das war eben die Sidequests erledigt was mache ich jetztonkert bleiben Ist Thus ah da Ah da Gerai Band recauern Das ist super Also einmal den PFF snack S larmer perver Aber der Boss will nicht, ne? Ist das ein Boss? Ey, cool! Super! Mr. Kim hat uns mal geholfen. Guckt hier klein. Oh! Diejenigen, die jetzt hier reingehen werden. Das ist jetzt gar nicht wert hier. Ist voll Zeit wahrscheinlich. Wo ist der Bruder? Kriegen wir dadurch mehr? 1 MP, wenn du geheilt wirst. Ah, ich brauch mal ein bisschen mehr Schee... 3 Rüstung... Nahkampf. Ich mach doch auf der Nahkampf. Jawohl! Sie ist Knüppel von Goldenbogen. Check! Jetzt sind wir ja schon mal ein bisschen besser ausgerüstet. Ich? Togon! We need you! Hi Pokemon! Ich muss mal echt meinen ganzen Kram verkaufen, dann wird es dauert zu ewig. Ja? Kann ich dir helfen? Kann ich mit kommen? Kann ich mit kommen? W- W- Okay. Dumpf. Nee, ihr seid Dusch. Wir machen hier die Klappe. Das ist sich aber auch immer am Beschweren. Erst will er weitermachen, dann will er eine Pause. Das war's. Das war's. Tucki, 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 tucki. Gehen wir noch zurück. Zeit geht es, wir machen noch später. Wir müssen ihn ausbauen. Ah, nein, Mann. Last time we broke Craig out of detention, wir alle in trouble. Getting into trouble ist ein risk das Douchbag ist willig zu nehmen. You have to break out our thief, Douchbag. Aber ich werde nicht dich nichtunreperte. Ich werde dir wie zu machen, wie zu benutzen. Meet mich an der Training Barracks. Es ist Zeit für dich lernen. Dragon Shout. Drinks. Ooh. Du kämpfst, Douchbag. Aber zu wirklich gelaufen ist, du musst lernen, und du musst lernen, die Macht von deinen Farts. Farting an an opponent at precisely the right time ist key to battle. Ich will show you how it's done, aber erst, du musst take the Gentleman's Oath. Du musst promise to never, ever fart on anyone's balls, okay? Farting an an opponent ist necessary, aber farting an someone's balls ist nicht cool. Du verstehst? All right. Dann, du musst beginnen mit der Training. To Conjure Dragon Shout, du musst erst clear your mind und take in a deep breath through your butthole. Like so. Hey. Then, let it rumble inside you and Dragon Shout. I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon Shout. Now you. Ready? Dragon Shout. Find the frequency. Hold. Hold. Oh, okay. My God, that was incredible. A man could live a hundred years and never again witness a spell so boisterous. Could it be that the prophecies are true? Could it be that the dragon 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 He macht das ja dann on. Now let us try your skill on a real opponent. Oh je. Hey, hey Princess Kenny. Could you come here a sec? Shh, don't talk. Okay. Just real quick Princess Kenny. Sir Douchebag wants to show you something. Er ist so ein Arschloch. All right, you two. Spar! Sir Douchebag, show Princess Kenny the magical powers I have taught you. That was fucking hilarious! Dude, that was fucking awesome! Oh, okay, good job, Sir Douchebag. That was sweet. Thanks, Princess Kenny. That's all for now. I hope you'll have hope. This is the national. Okay, but dude, seriously, remember, don't ever do that on someone's balls. Okay, seriously. You have mastered Dragonshaft. From now on, it will be easier for you. Kenny will assist you on your quest, Douchebag. Now go get Craig while I rest and relax upon my throne. Princess Kenny. Hey. Oh! Oh, macht das gleiche wie Bottice. Okay. Ah, jetzt haben wir doch... Das haben wir angebracht, aber es ist noch nichts passiert. Das ist ja schon wieder sowas. Kann das nicht erreichen. Das haben wir ja schon. Das haben wir ja schon. Okay, zurück zur Schule und dann befreien wir Krieg. Dies machen wir aber wenigstens Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.